Alles ist in jeder Hinsicht widersprüchlich. Wir denken in technischer, philosophischer und konzeptueller Hinsicht sehr modern, nehmen aber immer Rücksicht auf die Tradition. Kontradiktion ist unsere innovativste Linie. Sie stammt aus unserer Zusammenarbeit mit Chefkoch Dani Garcia. Die Auslegung seiner Kochkunst wurde auf die Schuhe übertragen. Wir haben eine Innensohle zum Laufen geschaffen. Der Geschmack muss etwas Erkennbares sein, das aus der Tradition hervorgeht. Dann entstehen neue Texturen, neue Formen und Rezepte. Was den Geschmack betrifft, sind wir jedoch sehr traditionell. Nicht sehr traditionell sind wir, wenn es um die Technik geht. Wir versuchen, innerhalb dieser gleichen Geschmacksrichtungen neue Texturen und neue Sinneseindrücke zu finden. Wir haben neue Gummimischungen geschaffen. Dadurch können wir auf bestimmte Komponenten verzichten, unsere Umwelt nachhaltiger gestalten und maximalen Komfort bieten. Letztendlich ist es auch eine traditionelle Technik. Die Sohle zeigt die wesentlichen Kochutensilien, die traditionellen Utensilien, die schon immer eingesetzt wurden. Aber sie entspringt einer vollkommen neuartigen Technik. So wie auch unsere Küche. Die Tradition der Küchenutensilien und die Tradition des Know-how bei der Fertigung unserer Schultreffen zusammen mit einer innovativen Art, durchs Leben zu gehen.